Was ist dir heilig? Mir ist heilig, andere Leute nicht vielleicht durch andere Glaubensansätze, durch andere Glaubensdinge auszugrenzen, sondern miteinander friedlich zu leben, auch von anderen Menschen, von anderen Religionen und auch vielleicht nach Leidlinien der Bibel zu leben und die Bibel nicht vorwörtlich nehmen zu müssen. Dankeschön. Dankeschön. Was ist dir heilig? Meine Freunde sind mir heilig, weil meine Freunde mir quasi Rückhalt geben und man sich immer auf meine Freunde verlassen kann. Genau, ja. Was ist dir heilig, Katja? Das ist eine schwierige Frage. Die Malteser-Jugend? Muss ich sagen, ja. Doch, die Malteser-Jugend. Dankeschön. Kött. Untertitelung des ZDF, 2020